Torre, ich hab mal nachgeguckt. Letzte Saison hast du tatsächlich nur fünf Minuten gegen John Verhoek auf dem Platz gestanden. Trotzdem, wie froh bist du, dass er jetzt bei euch auf der Seite spielt? Definitiv sehr froh. Ich glaube, John hat in den letzten Wochen gezeigt. Ich glaube, er hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt reinzukommen, hat auch die ersten Spiele auf der Bank verbracht, hat Chris gespielt, hat jetzt aber auch schon wichtige Tore für uns erzielt und ja, ich bin sehr froh, dass er bei uns ist. Er macht das gut und ich hoffe, dass das ihm gelingt, gegen seinen Ex-Klub ein Tor zu machen. Wäre natürlich schön für ihn und für uns natürlich auch. Bis zum nächsten Mal.